Das Team Südpfalz ist momentan auf der Kaiserbacher Mühle zu Hause. Unser Team wurde 2009 gegründet und hat sich seither zu einem der größten Teams der Seelmanns Naturranger entwickelt. Hier widmen wir uns der Pflege unseres kleinen Gartens und der Entdeckung von der Natur. Dazu gehört auch die Pflege unserer Kräuterspirale. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auch außerhalb von unserem Gelände gibt es viel zu entdecken, wie zum Beispiel auf der Exkursion zur Göcklinger Throngrube, oder bei der jährlichen Apfelernte mit anschließendem Apfelsaftpressen zusammen mit der Nayo. In diesem Jahr gab' auch die Machen. In diesem Jahr haben wir zwei Jahre lang und ich bin dieser Götter, mit einer Schmerzampunkte mit demZeit und großartigen Schmerzampunkte mit Öl. Wer hat auch die Fähigkeit von Öl? Drei, um zu Beginn der Götter und auf den Herzen von Öl,